Man erwartet ja sowieso einen Sieg von uns gegen Kreuter Fürth. Grundsätzlich, denke ich, erwartet man Siege von Borussia Dortmund. Also es wäre blöd, wenn ich einen Spieler in der Mannschaft hätte, der es schafft, in der Bundesliga einen Gegner zu unterschätzen. Es wäre ja dämlich. Dafür sind wir alle zu lange dabei. Wir wissen, was im Fußball passieren kann. Und sollte ich das Gefühl haben, dass irgendjemand ein Problem mit Motivation, mit Einstellung, Haltung oder sogar den Gegner unterschätzen, hat, und das wissen die Jungs auch, dann wird er relativ schnell neben mir sitzen. Ich finde, Fürth macht das unter Stefan sehr ordentlich und gut gegen den Ball. Eine gute Struktur. Es ist nicht einfach, gegen sie dann auch tatsächlich Lücken zu finden. Es ist eine gefährliche Mannschaft. Punkt eins, weil natürlich viele glauben, aufgrund der Punktekonstellation, dass da relativ wenig geht. Aber die Jungs, die wehren sich. Die Jungs sind da. Sie versuchen in jedem Spiel. Sie haben jetzt mit dem Heimsieg, ihrem ersten Heimsieg in der Bundesliga überhaupt, natürlich auch so einen neuen Kick bekommen. Es ist Bundesliga und ich glaube, dass Fürth bis hierhin diese Saison einfach auch oft unter Wert geschlagen würde. Weil ich finde, sie haben einen sehr guten Trainer, eine gute Idee.